Heute wollen wir euch zeigen, wie man mit einem Tarp die A-Frame-Variante aufbaut. Bis gleich! Los geht's! Was brauchen wir für diese Variante? Wir brauchen diverse Heringe, ein Zarp logischerweise und eine ausreichend lange Schnur, die wir dann zwischen zwei Bäume spannen. Was würde ich sagen? Legen wir los! Auf jeden Fall! Als erstes macht ihr eine Schlaufe in eure Schnur, legt die Schnur um den Baum herum und führt dann durch die Schlaufe den Rest der Schnur hindurch. Anschließend sortt ihr das ganze gut fest. Nun geht's zum anderen Baum. Auf der anderen Seite benutzen wir als Knoten den Top-Segel-Shot-Steak. Dieser Knoten hat die wunderbare Eigenschaft, dass man ihn im Nachhinein noch wunderbar verstellen kann, also auf Spannung bringen kann. Dafür bildet man erstmal eine ganz normale Schlaufe, geht dann von oben in diese gebildete Schlaufe zweimal rein. Einmal, zweimal. Bildet dann quasi unter dem Seil eine weitere Schlaufe und geht durch diese von oben wieder einmal rein. Wer den Knoten genauer sehen will, auf YouTube gibt es dazu genügend andere Videos, da könnt ihr euch den Knoten noch mal in einer Nahaufnahme ansehen. Und jetzt kann man mit diesem Knoten wunderbar die Fürstschnur auf Spannung bringen. Fertig. Und schon könnt ihr das Zart rüber schmeißen. Und jetzt nehmt ihr euch die Heringe und spannt das Ding ab. Und schon können wir die Heringe rein machen. Wichtig dabei ist immer schön parallel Strafabspann. Los geht's. Oh, hier ist überall Stein. Gibt's doch gar nicht. Habste? Ja? Siehst du? Ja? Ja. Freit? Ja? Nein, steckt. Da sind wir schon fertig, wir haben das ganze A-Frame-Modell innerhalb von 3 Minuten aufgebaut, das ging relativ fix, Anni, was sind denn die Vorteile? Vorteile sind, ihr könnt es blitzschnell aufbauen, auch wenn euch der Regen mal überrascht, ihr seid auf jeden Fall windgeschützt, ihr müsst halt dementsprechend darauf achten, von wo der Wind kommt und dementsprechend in die Richtung quasi die Wand bauen, die Wände bauen. Quasi gegensätzlich, ne? Ja, genau. Man hat auf jeden Fall viel Platz, man kann liegen, man kann aber auch sitzen, das sollten ja auch genügend Vorteile sein, um diese Aufbauvariante zu nehmen und die ist halt wirklich einfach, einfach. Ist nicht so kompliziert, das ist schnell gemacht und wunderbare, sichere Sache. Ja, soweit von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Gabriele. Carlo.